Eigentlich wollte ich ja zu dem Boot da fahren. Lass die Luke mal offen. Oh, ich will auch mal laufen. Bleiben wir hier und spielen eins am Insel? Äh... Mh... Ist da nicht die Felsen links? Also bis hier kann man locker fahren. Bis hier kann man locker fahren, wo ich bin, mit der Sandbahn. Jetzt wird's tief. Oh, hier kommen Felsen. Und Korallen. 3, 2, 3 Sollen wir da jetzt hinterher, oder was ist der Plan? Ich wollte jetzt erstmal gucken, was Scruffy macht. Und wenn Scruffy das Boot dann geholt hat... Gut ausgestiegen, zwangsweise. Und wenn Scruffy zum Boot geschwommen ist und das Boot hierhin gefahren hat, wollte ich darauf warten und direkt einsteigen, weil er ja nicht bis hier vorne hin fahren kann. Und zwischenzeitlich wollte ich mir noch ein Becher Eis holen, weil ich glaub das dauert ein bisschen. Also ich hab jetzt... Äh... Ich hab das wie bei Grand Tour gemacht und hab das Korallen auf hier, äh... Verschönert. Achso. Dann damit ich mehr Korallen sich da ansiedeln kann. Das war's für heute.